So, mit etwas Verspätung haben wir es auch ins Stadion geschafft und jetzt kommen wir schon in Matches Ausstellungen, man muss vergessen. Viel Spaß mit dem Stadionflug, mit dem Neuen. Lass ein Abo da, ein Like, würde mich freuen und ich sage es rapid, starte mit einem 1-0-Sieg aus dem Hinspiel in das Rückspiel. Let's go! Und jetzt werden wir diese Mit der Nr. 45, Vicky! Mit der Nr. 6, Serge Fili! Mit der Nr. 8, Lukas! Mit der Nr. 9, Guido! Mit der Nr. 17, Mamadou! Unsere Nr. 18, unser Kapitän, Matthias! Mit der Nr. 21, Louis! Unsere Nr. 22, Isa! Die Nr. 23, Jonas! Mit der Nr. 55, Nenna! Svetovic! Und unsere Nr. 77, Benegus! Ordner! Danke! Bis bald! Mal schauen, ob Wiesla Krako lauter ist oder Trabz und Spar. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass Trabz und Spar genauso Gas gehen wird wie Wiesla Krako im letzten Vlog. Amp! Die Chorioträger wird vorbereitet. Es geht wahrscheinlich um die Lions. Die haben irgendein Geburtstag anscheinend. und die Mannschaften, sie kommen rein, Rapid gegen Thurbson Sport, Rückspiel Allianz Stadion, auf geht's Rapid, kämpfen, sie gehen, let's go, geben wir Gas! Wir sind gerade wieder hoch. Grüß dich, Mann! Guten Morgen! Samstag. Ich bin gerade wieder. Los geht es mit der ersten Halbzeit. Viel Spaß und auf geht's, rapid kämpfe und siegen. Viel Spaß und auf geht's. 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 Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ohhhh! Ohhhh! Das ist schwer, aber nicht. Das war's. nach Oh! Cool, cool! Die zweite Halbzeit geht gleich los. Der Gegner wird schon ausgebucht. Die zweite Halbzeit geht deutlich besser. Ich glaube sieben oder acht Torschüsse. Ich habe sonst sehr, sehr wenig. Nur ein Torschuss. Da muss mehr kommen von denen, die am Ende noch aufschränken wollen. Aber auf geht's grün-weiß. All have fun. Heute jetzt kommen hier, wo darauf es umенаht. Und er 이후 ich los, wo你们 meine Kommentare бойchen, Sie fuhren vorabschirten Tanenst tape. Das ist ein bisschen zu verraten. Ja! 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 Na! Ja! Schüsse! 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 Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Das war's. Häh! Häh! Danke! die Gut zit und sagt also, wir wollen die Eche, die Verte betreiben. Dbieben, ja nicht! Wie geht das? Wie geht das? Und dannceit du recht, auf二 auf die Dauer herulannte Be Savior! GPT-Chin, ich bitte berupa. Nie, ich bitte. UNTERT! 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 2-0. 3-1! Trabsoncu, 0-0. 1-0! Komm in die Finale, komm in die Finale, komm in die Finale. Komm in die Finale, komm in die Finale, komm in die Finale. Am Sprungbahn, das ist der Papstensport, wenn er vorbei sein soll. Mal schauen. Kiem in die Finale, komm in die Finale! Komm in die Finale, komm! Ja! Nimm die Fenster! Die Fenster im.. Wir sind die Vögel, wir sind die Vögel, wir sind die Vögel! Die Scheiße, du bist alles im Kopf im Meer, wir haben für dich kein Lied, wir sind endlich kein Lied! Die Scheiße, du bist alles im Kopf im Meer, wir haben für dich kein Lied! Siege für die Freude! Siege für die Freude! Sieben Sieben, Sie haben die Stimme bekommen! Wer war Schütze? Und Sie haben Nummer 10! Drieuskorn! Ja! Drieuskorn! Ja! Drieuskorn! Ja! Neues Klitschkorn! Rappi! Zwei! Rapsons! Ruuu! Anke! Mieke! Eska Rappi! 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 Es war nur noch aufs Heißer, der Volk hat gehofft. Es war die, es war die, es war die. Es tut uns Stadion, es tut uns Stadion. Wunderschön! Ja! Komm zurück, das ist deine Chance! Der türkische Volk halb leer. Ja! 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 Wow! Das war's. der der Das ist für Sieg. Ohahhhh! 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 HakkobWikir! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Aber damit hat Verliebt gewonnen, muss man einfach verlieren und viel Erfolg auf jeden Fall in der nächsten Linie. Und dann sehen wir uns in die Probe. Hoffentlich. Ciao. Untertitelung. BR 2018